Auch der Winter in Bayerische Eisenstein hat seinen ganz besonderen Reiz. Wenn die Nächte länger werden und der Schnee alles in Weiß hüllt, dann verwandelt sich die Arbergemeinde mit ihren umliegenden Wäldern in eine wahre Märchenlandschaft. Unendliche Stille breitet sich aus. Der Winter in Bayerische Eisenstein ist unumstritten der Star unter den Jahreszeiten. Zeit, die Natur neu zu entdecken, zum Beispiel bei einem romantischen Spaziergang durch die bezaubernde Winterlandschaft. Vor allem Ski- und Snowboarder kommen im Winter in der Arbergemeinde voll auf ihre Kosten. Schließlich bietet der große Arber mit seinen Abfahrten, Übungswiesen und Langlaufläuten optimale Wintersportbedingungen. Ride & Snow, das Skibus-Angebot vor Ort, bringt jeden Winter Wedler und Border bequem und sicher ans Ziel.